was war das denn es keinen sinn We're no B's on. We're no B's on. We're B. We're B. das peter 2 oder 3 pushing Jetzt kommt der rechts rum, ich wollte gerade wieder reviven gehen 1 hp Serious? Danke für die Infobro oh 2 pushing mid hast du hiel? ne ne hab ich Angst wann hast du wieder hiel? äh 34 geh slays, skatorix du slays und du? right side right side right side what the fuck did he hit me? schade schade man 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 ja wer kann ja was er macht da ja aber was er macht hier geht einfach raus also er bringt einfach den rücken dahin weißt du ja gut leider revealed den braun ich vor allem 3 on B 3 on B hast du hiel? hast du hiel? ja wo bist du? komm zu dir boah ich bin weit weg let's go, let's go da oben da der war auch 3 on B i guess 3 on B, ja 3 on B unlucky einer war da bei ihm rechts kann auf B gehen right here enemy spotted mid careful mit let's go to A ja ich weiß auch nicht just come A bro go to A go to A they are more B na ey der cheatet glaube ich ne by the way ich glaube bimms not wallhack meinst du? ja ja ich glaube schon das ist ja komisch der hat vorhin auch schon so komisch geprefeiert so den zweiten der kam der hatte so schnell auf den geschossen da habe ich noch gar nicht gesehen der hatte perfekt gepreampt so und jetzt gerade auch wieder er geht erst mal geht rum aber macht dann sonst und schießt sofort wieder auf ihn so das wüsste ja genau dass er da offen ist 10 seconds left au er hat cheatet man karte maaa 120 Alter gibt's doch nicht nagerlich ja tatsächlich ist das der Maid von ihm? Neon ist der Maid von ihm oder? er ist darin er sagt, er ist darin wie weiß du Primsson? GG los! wie weiß man? wie weiß man? wie weiß man? wie weiß man, er ist darin Brimson Brimson wie weiß man? du hast kleine Boxer im Geist? sagt er hat er darin der ist die schlechte Das ist schlecht, das wirklich. Dress out. Was? Eigentlich müsste ich das verlieren, ne? In die Main. Ja, eigentlich wirst du den verlieren. Eigentlich schon. Das Problem ist nur, du wirst halt auch... Geht's allein. Danke für den... Keine Ahnung, was bringt... Einfach nochmal zu Ende spielen, du kannst ihn nur reporten. Ja. Weil du wirst ja dafür bestraft, dass du dann einen Cheater im Team hast. Ja, eigentlich schon, ja. Das ist ja auch dumm. Willst du machen? Wird eh keiner machen. Also würde kein anderer... Wenn wir jetzt verlieren würden, das würde... in 10 Games... ...kriegen Cheater, wir spielen halt einfach. Und dann gleich am Ende Coins und hat gecheatet. Fertig. Wie gesagt, wir haben ihn reported, wenn er jetzt nicht gebannt wird... Wenn du die Edo zurückbekommen würdest, wenigstens, man. Wollen wir mal zum Cheat dann. Die gebannt werden dann irgendwann. Schau mal, sowas arbeiten sie ja. Kann jemand mit mir pushen? Kann jemand mit mir pushen? Er will Marke dran, anscheinend. Ein Blindpro. Oh. They pushed. Hey. greyhawanna run br google Don't Bespähen In black. He's buster... We're coming up. 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 I'm not ready to go. die bomben die bombe nirgendwann das cc die cc wenn wir wollen es will ich schütte schöne runde echten cheater gab lange nicht mehr gehabt also wirklich eine gespielt haben war auch wir beide das ist auf sunset phoenix mit einem bot auch wir beide im da ok ich sete ich denke ich habe es auch die sowas auch Ich habe einen Schwerpunkt. Das war es. 4-9. Ich habe einen Schwerpunkt. War ne gute Ult, oder? Backstart kann nicht stehen. Ging schon raus, die Jett. Save, meine Slash, wir hier. Wir hier close, pass auf. Nein, einer tot. Flash jetzt. Nice, sehr gut, sehr gut. Auf geht's, Juno. Für uns bist du sowieso ein Starpiss. Abwärts. Wollen wir B? So war ich B. Ich würde mich nur ein wenig schießen. Bessisch regren. Ich habe ein Schot. Ein Schot. Ein Schot. Guter, Guter. Wollen wir mal im Ein? Ja, wir können es regren. Ich habe ein Drone. Ich werde einen Drone auf der Seite. Und wenn Seifer ist da, werden wir versuchen, die Trappen zu schocken. Ich werde das in Heaven schocken. Trap auf mich! Trap auf mich! Right in front of mich! One shot! One shot! Take me! They're both here! Heaven! Last Heaven! 30 30 I can roll and go! Nice Perfect Two more shot! Two more shot! My ult is ready! One enemy remaining! Take flight! fully沒有 chance! Be Spect! Much more enemy! Also nicht mehrvehungen! Oder kommt dick! die raus 50 und so war ich bin ich bin plant das es ist Too short Go, let's go Jo, danke dir Phoenix Nice go 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 Flashing overrack Flashing overrack Flashing overrack Flashing overrack Flashing overrack Ich hab Flashing overrack Warte mal Ich hab Flashing overrack Ich hab Flashing overrack Nicht zu flischen Ich hab Flasht Ich hab Flasht Just come Flasht euch an Flashing else Ich hab Flasht A step and short They're spitting A Fast with A I'm with A Ich bin flashen, Asta jetzt, turn around. Ein weiterer Medlink. Komm B. Komm D, safe B? Ja. Ein weiterer Medlink. Er ist ein weiterer Weg. Wir wissen nicht, wo Cypher ist. Mein orange ist gut. Mein ist 30. 2 Flashes. Wir müssen close. He ist backside. Flashing backside. Right side. Wir haben bad guys. Tschüssi. War gut, dass wir, guck mal, Astra ist zurückgekommen. Astra? Das haben wir zurückgekriegt. Wir sind ja noch ein bisschen motiviert. Geht drauf, Bucky. Aufteenth auch, Bucky. Schöne, CDU, свид inspired. jours Modell Toward in Mhm Das ist ja auch drisch.